Am Start jetzt die Klasse 12, die sogenannten Super-Tourenwagen, da kann alles hinein, was nach einem Auto aussieht, da ist also alles eingestellt, und da ist es die 1260-50, Tobias Ebel aus Braunschweig, der mit seinem blauen Audi... Und da ist es die 12.22, Kippen-Berner, unterhanden der Kippen-Berner Probleme, da hatten wir Probleme wahrscheinlich nicht, an der Vorderachse, da hatte er schon einmal einen Schaden, an der Vorderachse, Ausfall, Friedrich, Anloste 2... Da schmeißt er auch schon die Brückwirkung von Rechtsseil los, Probleme bei seiner Auffickung, Neuer 2.2160 auf den Stattdaten. Das ist der so, dass wir den einen Schaden getroffen haben! Und dann, dass wir den Kippen-Berner beten können mit dem Vorderachsteilungsweg und da sind die 12.52, Anl cereeren, die Güsse fährt. Die Güsse fährt, die Marius-Klebs auf einem Bodenweg und muss der S1 und dann die 12.53, Janne in die Güsse fährt. Der ist also der S.V-Klebs auf den S.V-Klebs auf den S.V-Klebs auf den Vorderachseil und dann in die Küsse fährt, der Janne in die Güsse fährt... Das war's für heute. Aber das ist hier jetzt im Augenblick zu gefährlich. Und in 584 heben wir jedenfalls mit Problemfahrung. Da knallte es mir drauf, aber jetzt im Augenblick scheint es aus dem Jahr voranzugehen. Auch bei ihm hat er technische Probleme an seinem Liebberg. Und jetzt im Augenblick ist es ein Problem, aber ich weiß es, dass ich mich vorhin bin. Und jetzt im Augenblick ist es ein Problem. Wir haben die Fahrerlage gehabt, also wie gesagt, technische Probleme bei dem Mann aus Glischendorf. Letzte Runde für Tobias Liefeld. Off-Brotzwein, Off-Bot-Street, Auf-Bot-Street, Autos-Cliff, Fierer, Untergeber,ван 281. Zieleinlauf ohne Gruß, im Kampf gewillt zu sein, gewinnt hier ganz souverän Tobias Ebel. Vor Norbert Spannfahrer und an Marius Glewitz. Untertitelung des ZDF, 2020